Herzlich Willkommen beim nettesten Meinungsbocker der Welt und auch herzlich Willkommen zur täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und mal sehen, was uns diesmal der Hund auf den Teppich gemacht hat. Es geht heute um unsere, ja, neue und auch alte beste Freundin eine Wünsche und zwei Artikel, die ich hier sehr spannend fand. Und ich habe es am Titel schon gelesen, um was es jetzt hier hauptsächlich gehen soll, aber ich fand das hier auch ganz spannend. Habe ich auch mal eine Story gepostet, auch ohne das zu kommentieren und da waren auch einige wütend von euch und da bin ich jetzt mal gespannt, welches Team ist Anne Wünsche somit? Also der Plan von Anne Wünsche sieht momentan so aus, Anne Wünsche will Malereien von Tochter Miley verkaufen. Und wir hatten ja schon im Livestream hier und da auch auf ihre Storys reagiert und hat sie immer die Meisterwerke von Miley gezeigt. Und wenn das wirklich die Bilder von Miley sind und die auch wirklich von Miley gemalt wurden, dann hat Miley definitiv Talent. Ja, das muss man sagen. Aber ist es das jetzt so, dass man das jetzt so sehen könnte, ja, auf der einen Seite fördert sie jetzt so das Kind mit dem Vorhaben, was ich gleich nochmal vorlese? Oder ist es eher Team, ich kriege den Hals nicht voll und viele tendieren, glaube ich, vielleicht eher so wie ich auch, ja, irgendwie kriegt sie den Hals anscheinend nicht voll. Weil wir kommen ja gleich zum Hauptthema des Videos, aber Anne Wünsche will Malereien von Tochter Miley neuen verkaufen. Also wenn das jetzt wirklich der Erlös komplett der Miley zugute kommt, okay, und wenn es jetzt nur um Förderung geht, dann kommt es irgendwie echt ein bisschen komisch vor, als würde sie wirklich jeden Cent rauspressen. Und wie gesagt, es ist nicht verkehrt, Geld zu verdienen und auch mehr Geld verdienen zu wollen. Aber wenn man jetzt sieht, wie jetzt auch die Bildtitel, was sie dort auch alleine durch ihre OF-Nummer verdient, ja, und ich bin auch auf dieses Clickbait-Thema dann bei der Bild, ja, drauf reingefallen. Ich sage schon voraus, es wird jetzt keine präzise Summe genannt, nur in etwa, aber es ist trotzdem schon so, wo man dann sagt, okay, wenn das jetzt so stimmen sollte, dass sie alleine mit ihrem OF schon so viel Knete verdient, warum muss man jetzt immer auch das Nächste und Nächste und wiederum Nächste finden, um dann ja noch mehr Knete zu machen? Das ist halt die Frage, ja, was alle Wünsche mit OF verdient. Und dann gehen wir mal hier in den Artikel von der Bild, verlinke ich euch auch unten und ich trage immer vor, alle Wünsche verdient richtig viel Geld auf OnlyFans, hat aber auch materiale Wünsche an ihre Fans und das fand ich halt auch, also wie gesagt, diese Bilder, ja, sind gut, auch gerade jetzt so nach den letzten Wochen, wo man auch sagen muss, weiß ich jetzt auch nicht, ne, klar muss man sein Leben auch weiterleben nach den Vorfällen, aber es ist irgendwie alles so ein bisschen komisch bei ihr, ja, auch die Gags, die sie gemacht hat, das wurde mir auch von euch zugeschickt, da hat sie auch teilweise schon Gags drüber gemacht, äh, von wegen, sie trinkt ja immer und wie auch immer, ne, und, äh, Gott sei Dank, äh, und wie, weil, ich kriege es nicht mehr richtig zusammen, ihr könnt es unten besser zusammenfassen, aber da war irgendwie auch so ein Spruch, ja, zum Glück hat sie ja nicht, äh, vier Kinder, sondern nur drei, ne, und, oh, war der zu früh und dann haben sie die Story abgebrochen, also irgendwie so ein bisschen blöd, ja, na gut, ähm, gehen wir aber hier weiter, dass eine Wünsche auf der Nackig-Plattform OnlyFans gegen Kohle-Freizügige Fotos verkauft, ist bekannt, aber nicht nur Fotos, auch Videos, ja, aber kennen sie auch schon ihre sehr interessante Wunschliste, seit mehrere Monaten bietet die ehemalige Berlin-Tag-und-Nacht-Star-Clips nur noch dort an, zeigt sich nicht mehr fast hüllenlos, hüllenlos auf, hüllenlos, hüllenlos auf Instagram, dahinter steckt natürlich der Blick aufs Konto, wer Anne in Dessous und heißen Posen sehen will, muss sich bei OF anmelden und sie abonnieren, äh, das stimmt jetzt gar nicht so, man sieht bei Instagram auch zum Teil so ein bisschen verruchtere Bilder, ja, gerade das neueste Posting, was ich euch jetzt aber hier ersparen möchte, weil es auch vielleicht nicht so YouTube-freundlich ist, ähm, zeigt da schon nochmal ein anderes, ähm, ich, ja, und dann geht's hier weiter, aktuell kann man das, äh, Wünsche-Profil zwar kostenlos abonnieren, aber die 31-Jährige wird sich Fotos und Videos sicherlich vergüten lassen. Auf OnlyFans gibt es zum Beispiel die Trinkgeld-Funktion, wo Fans den Promis extra Geld schicken können oder gegen eine bestimmte Summe Schnappschüsse, Clips oder heiße Grüße privat per Chat-Nachrichten bekommen und das ist halt dieses perfide von dieser Plattform, es wird quasi den Fans in Anführungsstrichen, ähm, eine Nähe vorgegaukelt, die sonst eigentlich immer nur zwischen, ähm, Partnerin und Partner oder Affäre und Affäre oder Flirt und Flirt, ähm, ja, ist und indem man da irgendwelche freizügigen Sachen bekommt und heiße Nachrichten, ich finde das sehr, sehr tricky und das zeigt eigentlich irgendwie die, ähm, Perversität unserer Zeit irgendwie auch sehr deutlich und, ähm, ja, ich finde das sehr kritisch. Vor allem, weil auch sehr viele Jugendliche, ähm, da in eine Schiene, ähm, ja, gedrückt werden könnten durch die Vorbilder, ja, dass man dort dann vielleicht auch eher, ähm, mit 17, 18, 19 vielleicht noch nicht so wirklich weiß, ob das jetzt so cool ist, da auf Dauer, ja, sehr freizügige Bilder, Videos oder vielleicht sogar auch pornografische Dinge, ähm, hochzuladen, ja, ob das so clever ist, das kann man vielleicht mit 17, 18, 19, 20, also mit 17 ist sowieso verboten, aber es gibt dort sehr viele, die auch schon minderjährig dann dort anfangen, ja, das ist eine ganz krasse Sache, ja, und da sollte man definitiv, finde ich, das auch ein bisschen anprangern, ja, das wird heutzutage immer sehr glorifiziert von vielen Influencern, ich finde das, äh, sehr, sehr schrecklich zum Teil und es gibt jetzt zum Beispiel auch Melodie Hase, die das auch sehr verteidigt hat, das Ganze, aber mittlerweile ganz anders sieht, hatte ich auch mal ein Video drüber hochgeladen, könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, ähm, Juni Co. hatte, glaube ich, auch ein Video drüber gemacht, ja, nach allen Angaben verdient Anne mit ihrem Nugget-Profil fünfstellig bis sechsstellig monatlich auf OF, sprich mindestens 10.000 Euro im Monat, also man kann dann davon ausgehen, dass das meistens zwischen 50.000 bis 100.000 Euro brutto sind, ja, das muss man auch alles noch versteuern, ich weiß auch gar nicht, wie das dort abläuft, normalerweise müsste sie auch komplett noch die Umsatzsteuer drauf zahlen, ich weiß nicht, wie das dort dann bei den Bildern da ist, ob das da schon drauf ist oder wie das da mit der Seite läuft und das, was die Seite sich da abzwackt, ist auch nochmal eine große, große Zahl, ne, aber nun gut, ähm, und man denkt sich ja dann, okay, sie verdient ja eigentlich dann eine ganze Menge, ne, also fünfstellig ist ja nicht so schlecht, auch wenn es brutto ist, bleibt da noch ein bisschen was übrig für die Kaffeekasse und dann geht's hier weiter, aber sie hat noch einen Weg gefunden, sich ihre Wünsche bezahlen zu lassen, das klingt natürlich auch komischer, äh, prominent im Profil weist Anne auf ihre Wunschliste bei Online-Riesen-Amazon hin, also es gibt so eine Amazon-Wischliste, das finde ich irgendwie auch immer so ein bisschen, weiß ich nicht, wenn das Leute machen, also ich wurde auch schon manchmal gefragt, mach das doch, irgendwie fand ich das unangenehm, also ich hab nichts gegen Donations und im Stream oder Zuwendung, ne, aber ich, ich kaufe mir lieber von dem Geld davon irgendwie was und das ist dann irgendwie, weiß ich nicht, als wenn ich dann sage, ja, hier übrigens ist meine Wünschliste, macht mal, ne, ich hab Geburtstag gerade und dann kaufen da irgendwelche Leute mir irgendwelche Sachen, ja, weil sie mich mögen, was ja nett ist, aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie, kriegt man ja irgendwie den Hals nicht voll, finde ich, ne, und ich finde es gerade auch in den Sphären, wo sie unterwegs ist, ja, von den Einnahmen schon sehr schwierig, ja. Alle Wünsche zählt mit ihrem Content of OF zu den beliebtesten Promis in Deutschland, jeder User kann sehen, was sie super gerne zu Hause hätte, dafür braucht man bei OF sogar gar nicht angemeldet sein, ne, also die Leute, die dann erstmal so ein bisschen rumgucken, finden dann ihre Wischliste und sagen, oh, der eine fehlt ein Kochlöffel, dann kaufe ich der andere einen Kochlöffel, ja. Alle Wünsche an ihre Fans, die Mischung ist echt sonderbar, aktuell sind zwölf Produkte zu finden, die unterschiedlicher nicht sein könnten, eine Auflage-Vibrator für 150 Euro will die Influencerin ebenso sehnlichst haben wie ein Waffeleisen in Mickey-Maus-Form. Das sagt sehr viel über die Person aus, irgendwie, aber gut. Ansonsten gesellen sich noch Nobel Swarovski-Weingläser, 290 Euro, ohne schlecht Luxus, Handseife, 24 Euro, eine Reisehandtasche, 72 Euro und Dessous, 56 Euro zum illustren Wunschzettel. Also wie gesagt, diese, wenn das jetzt was für den Content wäre, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ja, sie gibt da unterschiedliche Dessous und Lack und Leder und eine bessere Kamera oder irgendwas, was für den Content ist, dann könnte ich das irgendwie noch eher verstehen als so private Sachen wie Swarovski-Weingläser oder eine Reisehandtasche. Den Vibrator könnte man ja theoretisch auch zu Content machen, da könnte man ja vielleicht auch noch drüber reden, ja, als Fan, dass man das dann sich gönnt. Aber ich finde das schon irgendwie ein bisschen komisch, wenn man damit mehrere 10.000 Euro und auch mit Instagram ja nicht so schlecht verdient und wahrscheinlich im Monat seine 40.000, 50.000 Euro brutto verdient im Monat Minimum, schätzungsweise, dann finde ich das schon irgendwie so ein bisschen komisch, sich diese Gläser für 290 Euro nicht selber kaufen zu können. Und ich finde es auch peinlich und schäbig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt aber meine sehr deutliche Meinung und mein Fazit, wie gesagt, jeder so wie er will, aber zum Teil kommt mir das sehr so vor, als würde ich den Hals momentan nicht vollbekommen. Und das ist irgendwie ein bisschen komisch, die ganzen Machenschaften. Aber schreibt eure Meinung sachlich unten rein, wie seht ihr das? Lasst gerne ein kostenloses Abo da, wenn ihr solche Talks und auch Videos über Trash und Gossip mögt. Und ansonsten sehen wir uns nachher schon wieder. Da geht es um Julian Zitlow nochmal. Das habe ich dann um 18 Uhr für euch bereitgestellt. Und dann bin ich sehr gespannt, was ihr zu dem Thema dort sagt. Bis dann und tschau tschau.